Musik 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 Valentin Stocker, ich nehme an, für dich einen wunderschönen Tag, der jetzt langsam zu Ende geht. Fangen wir nochmal von vorne an. Der Fernmarsch, mitten in der Stadt. Du hast den Kurven eine Psyche gemacht, ein spontanes. Kannst du das nochmal beschreiben? Wie ist das für dich? Ja, ich habe gestern mitbekommen, dass wir jetzt nochmal durch die Stadt laufen und den Fernmarsch nochmal machen. Und ich habe das dort schon extrem emotional aufgenommen und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich wäre mega gerne Teil davon und würde gerne mitlaufen. Und ich habe dann angefragt, ob es für sie okay wäre, wenn ich mitkommen würde. Und ich glaube, es sind total gut aufgefasst und es waren so mega viele Leute und ja, wirklich schwierig, so viele Emotionen. Ja, es ist für mich unglaublich, ich bin sehr dankbar für das. Du hast ja gesagt, du kämpfst dich irgendwie auf den Platz. Eigentlich hat es schon nicht gespielt. Als du dann reinkam bist, wie ging es dir? Ja, ich bin schon ein bisschen unsicher gewesen. Aber das Spiel ist einfach so speziell gelaufen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich nicht warten bis in die 89. Es muss ein bisschen früher drauf. Ja, bis dahin hat die Sonne geschont und es begann regnen. Es war irgendwie ein bisschen kitschig, aber es passt irgendwie trotzdem. Am Schluss ein Sieg. Am Schluss bist du noch vor x-tausend, die die Namen geschreihen haben. Wie war das für dich? Ja, ich bin nachher darüber gegangen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, was kann ich ihnen vielleicht zurückgeben. Es gibt ja eben so die Geschichte mit dem Käptelbändchen, was sie mir geschenkt haben. Ich wollte ihnen eigentlich symbolisch meinen Käptelbändchen zurückgeben. und hoffe, dass sie es so in Ehre tragen, wie ich ihres. Danke Walli und geniesse dich im Moment. Merci.